Ach, Digga! Mit Füßen spielen? Mein Fuß kommt... Digga, so sportlich bin ich nicht! Hey! Ich komme vor, wie der größte Bot. Der Chat darf jedes Mal abstimmen, was wir in Fortnite machen. Wir haben immer drei Aufgaben und der Chat darf abstimmen, wie wir spielen. Das heißt, ob wir mit dem Fuß spielen, ob wir so spielen, ob wir so spielen, bla 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 bla. Es gab bei Fortnite noch ein Update. Ich habe übertrieben Bock drauf. Das heißt, der Chat bestimmt quasi, wie wir Fortnite spielen. Ihr könnt in den Chat spammen oder bei den Abstimmungen mitmachen. Ich kenne die Aufgaben selber nicht. Tobi hat die Aufgaben gemacht. Lukas, ich sage schon mal so, zieh auf jeden Fall deine Schuhe aus, Digga, weil ich wahrscheinlich würde mit den Füßen gespielt werden. Das ist klar. Wir kriegen jetzt immer verschiedene Aufgaben, wie wir Fortnite zu spielen haben. Ich bin gespannt, Digga. Der Chat darf bestimmen, was wir zu tun haben. Lukas, nimm einfach deine Facecam mit auf. Das würde mich freuen. Okay, erste Poll. Erste Abstimmung, Chat. Let's go. Wir müssen Revive und Revi Fortnite spielen. Nur mit Goldwaffen, nur mit blauen Waffen, nur mit grünen Waffen, okay. Der Chat stimmt gerade ab und scheinbar surfen wir nur mit Goldwaffen erstmal spielen. Das macht doch gar keinen Sinn. Der Chat, der Chat, die Poll ist gleich vorbei. Okay, der Kurs geht raus an den Chat. Ja, Zehner, wir sterben, Digga. Vielleicht finde ich ja eine goldene Waffe, eine Ska oder sowas. Ja, ja. Das wäre doch wild, oder? Ja, klar. Kann doch sein. Ja, klar, siehst du gleich. Easy. Okay, wir fangen erstmal relativ einfach an. Was für einfach. Mit only Goldwaffen, Junge. Ja, ist doch nicht so schwer, oder? Ja, okay. Du wirst sehen. Bro, maybe haben wir Luck einfach. Wo findet man denn eine goldene Waffe? Ganz genau. Ist die Pickaxe blau, ne? Die dürfen wir auch nicht benutzen. Also halt zum abbauen, ne? Ne, dürfen wir nicht benutzen. Ja, zum abbauen schon. Abbauen schon. Ist ja keine Waffe. Wir dürfen damit nur nicht fighten. Gut, dann habe ich die ganze Zeit auch nur Metz. Ist das eine Waffe? Ne, Tränke sind keine Waffen. Tränke sind keine Waffen, ne. Tränke darf man nehmen. Wir dürfen ja nur mit goldenen Waffen spielen. Wir können die doch upgraden, die Waffen. Wir können die upgraden, Bro. Ja, boah, Bruder. Bis wir die upgraden haben, brauchen wir so viele Metz. Du brauchst ja alles. Stein, Eisen, Holz. Du wirst gerade gepusht. Ich komme nicht zu dir, aber ich habe halt keine Waffe. Psst, der sieht mich nicht, Bro. Ich habe eine Kiste. Ich habe keine goldene Waffe gefunden. Ja, ich auch nicht. Junge, ich finde hier tausende Waffen, aber halt keine goldenen. Ich hole aber die grünen auch mit, nur damit die Gegner die nicht bekommen. Der denkt nicht, der denkt, ich bin weg. Ja, ich sehe, in der ist ein Raum neben dir. Oder über dir. Der checkt nicht. Der denkt, ich bin weg. Oh mein Gott, Digga. Ich bin so smart. Ich bin sowas von der beste Fortnite-Spieler. Ich bin einfach unsichtbar. Wir müssen einfach nur ein bisschen warten, Digga. Wir müssen nur ein bisschen upgraden. Der hat mich nicht gesehen. Der hat mich nicht gesehen. Ich habe ja noch einen Among Us. Aber die fighten, aber die fighten. Der hat mich nicht gesehen. Der hat mich nicht gesehen, Digga. Ich bin so ein Pfeilfett. Wir müssen nur eine goldene Waffe haben. Dann können wir es schaffen, Digga. Komm. Ja, ich suche ja. Ja, schnell. Ich kann hier nicht weg. Sch***, Gegner. Ja, er kommt mich suchen. Wer länger überlegt, hat die erste Challenge gewonnen. Ja, ich kann mich nicht wehren. Ich habe Waffen immer verteilt. Ich darf sie nicht benutzen. Ach, Digga. Die erste Challenge geht schon mal an mich. Ja, warte Challenge. Du hast nicht mal eine goldene Waffe, Mann. Egal, aber ich habe länger überlegt. Ja, dann schieß doch. Komm, kill mich. Ein Junge macht Spaß, darum zu schimmeln. Ich gegen Zweierteam. Ohne Waffen. Bockt. Bockt. Wie kann ich immer noch am Leben sein, Lukas? Okay. Ich würde dich so gerne wegplatschen gerade. Sch***, sch***. Hol mir jetzt meine Karte. Oh mein Gott. Was kriege ich, wenn ich dich revived bekomme? Was kriege ich, wenn ich dich revived bekomme? Gar nichts. Keine goldene Waffe. Muss ich ein bisschen beeilen. Meine Karte ist gleich weg. Renn, renn, renn. Bau hoch. Bau hoch. Los. Ja. Yeah, Digga. Du hast es doch geschafft. Ey. Digga. Ich muss nur die Zone kommen und eine goldene Waffe finden, Bro. Kann den bitte irgendwer abknallen. Hoffentlich sind Streams live bei der Runde und die kleppen dich gleich weg. Ich spiele seit Season 1. Ich habe 600 Gold. Ich habe 600 Gold. Digga. Ich war Fortnite schon monatlich mehr gezockt oder so. Echt uncool. Was ist das? Oh, die knall ich ab. Ja, Mann. Yeah. Du bist die beste. Ah, ich kann dich bauen. Yeah, yeah, yeah. Klepp ihn. Hallo, renn doch weg. So ist keine Chance. Nein. Er hat auch eine blaue Waffe, keine goldene. Gut. Nächste Challenge. Let's go. Nächste Challenge ist mit Ellenbogen, mit Füßen, mit Fäusten. Mit Füßen. Ja, Chat, das können wir vergessen. Was? Was? Mit Füßen spielen. Digga. Niemals im Leben. Ah, mein Fuß krampft. Und jetzt der andere auch noch. Digga, so sportlich bin ich nicht. Ich kann die ganze Zeit hauen. Ich kann die ganze Zeit schlagen. Ich kann gar nichts. Ich kann die ganze Zeit schlagen. Ey, ich werde nicht rausspinnen können. Oder doch? Leertaste kann ich auch drücken. Achtung. Drei, zwei, eins. Okay, wir gehen direkt runter. Ich habe M gedrückt. Jetzt wohl. Unten. Ah. Mein Fuß krampft. Ah. Nein. Ah. Ich kann kein W drücken. Ich habe so mein Fuß. Ich habe mein Fuß mit einem kleinen Zeh auf der W-Taste. Es geht bei mir nicht. Ich kriege Rückenschmerzen, Mann. Ich bin immer noch ganz weit oben in der Luft. Ich kann lenken. Ich lenke. Bist du von unten? Nein. Mach auf. Ja. Hey. Ich kann nichts. Es ist nicht möglich. Gehen doch. Gehen doch. Schauen wir mal ein Wipe zu, was der macht. Ja. Lass. Ich kann ja nichts. Ah. Jetzt müssen Tasten getauscht werden. W und S-Taste. Was gewinnt? Rechts und links klicken. Nein, ihr Ehrenlosen. Was habe ich denn auf rechts klicken? Was habe ich auf rechts klicken? Ich weiß es gar nicht. Was ist auf rechts klicken? Chat, bitte nicht. Bitte nicht, Chat. Oh mein Gott. Ja, ist entschieden. Chat, come on. Das ist schon entschieden fast. Das geht schon, oder? Ne, glaube ich, geht nicht. Wird schwer, weil es halt so ungewohnt ist, glaube ich. Aber boah, es ist so ungewohnt. Digga, das ist so ungewohnt. No joke. Ich kann gar nicht so lange mit meinem Zeigefinger drücken. Wie heißt das? Der andere Finger. Ich habe eine goldene Waffe. Halt's Maul. Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Gegner. Da drin. Anna, schlecht. Junge, ich schieße die ganze Zeit. Ja. Ja. Ja, safe. Voll ein Wort. Digga, es ist alles so ungewohnt, ne? Es ist halt alles vertauscht. Auch das Waffenziehen und sowas. Ja. Oh, ich bin runtergefallen. Headshot. Ja. Halt's. Ich habe eine goldene Skar. Digga, ich bin so stark. Digga, actually, die Runde läuft. Ich hätte nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht. Und ich schwöre auf alles. Ich drücke jetzt hier. Warte, guckt hier. Rechte Maustaste. Digga, meine Hand krampft halt. Das Ding ist, wenn man die ganze Zeit den anderen Finger benutzt, Alter. Oh, da vorne, ich sehe einen. Wo? Die gehen auch zum Lootjob, glaube ich. Wo denn? Warte, ich markiere. Da, da unten. Warte, warte, hör auf zu schießen. Mann, du sollst auch wieder zu schießen, will die. Und ich hatte einen Sniper. Die sind unter den Bäumen irgendwo, um sich zu saven. Nee, da vorne. Jetzt geht's hier weg. Jetzt wird's hier weg. War das knapp. Die rushen uns. Nein. Ja, doch, die da unten. Du bist runtergefallen. Digga, alle, alle sicher. Oh, Mann, Junge. Das ist so verwirrend mit den Tasten. Ich stell's jetzt direkt wieder um, Alter. Ja, ich hab keine Chance, ne? Ach, wirklich? Du hast auch null Kills. Junge, bauen, bauen wir das mit der eigenen Taste? Ach, komm, Junge. Nächste Challenge. Kopfhörer umdrehen ohne Sound. Maus und Tastatur tauschen. Also, dass die andersrum liegen. Ja, spiele ich halt über Kreuz. Kein Problem. Maus und Tastatur tauschen ist nicht so schwer, wie ihr denkt. Also, damit ihr ganz kurz wisst, wie wir jetzt spielen. So. Also, ich spiele jetzt einfach so. Er hat gesagt, Maus und Tastatur vertauschen. Das hab ich gemacht. Die liegen jetzt an unterschiedlichen Seiten. Händetauschen steht da nicht. Da steht ein Maus und Tastatur tauschen-Chat. Ach, lol. Ach, komm, Digga. Ich mach keinen 30er. Ich mach alles richtig. Nein, aber Händetauschen ist aber eine separate Challenge, glaube ich. Spielen Linkshänder so? Haben wir das immer so gut? Keine Ahnung. Wie spielt Linkshänder? Ja, musst du ja. Digga, ich komm vor. Wie der größte Bot. Wie mach ich denn jetzt hier Wände? Okay, ich hab mir jetzt den Biggi reingehauen. Ja, perfekt. Der Boden fehlt. Nein, Kabel. Nein. Wo sind die? Draußen oder drin? Ich hab mein Bestes gegeben. Nee, der ist hier drin. Na, komm da. Mit einer Waffe, aber die hilft dir auch nicht weiter. Komm oben. Ja. Ja. Hol mich, hol mich, hol mich. Hol mich. Hallo. Da ist einer. Den hol ich mir. Den hol ich mir. Warte, warte, war sehr leise. Ich versink im Ding. Äh. Hey. Was soll das? Wo bist du denn? Hä? Ja, du suchst mich. Okay, Chat. Also das ist ja wirklich, das ist ja insane. Das bringt ja gar nichts, Alter. Okay. Letzte Challenge, Leute. Wir müssen Reven eine Wand spielen. Mit einem Auge. Ach so, mit einem Auge. Maus um 180 Grad drehen. So. Hey, Chat, das ist. Oh mein. Nein, 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 nein. Das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts. Wir sind instant dead. Wir sind instant dead. Ich springe sofort raus und sterbe. Digga, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Digga. Ja, wie soll man das auch machen? Das funktioniert nicht. Das ist auch alles verwirrend. Das geht nicht. Es ist ja dann auch, wenn du nach oben schiebst, gehst du nach unten und auch umgekehrt. Alter, ey. Das wird halt wieder so eine loste Runde. Boah, Digga. Ich kotze gleich. Ich kotze gleich. Mir wird davon schlecht. Mir wird davon. No joke schlecht. Wie schieße ich denn? Ey, mir wird davon schlecht. Mir wird davon schlecht. Mir wird davon schlecht. Wette. Es bringt hier nichts zu wetten. Ich bin instant dead. Alter. Alter, es ist wirklich maximal lost. Digga, was machen sie denn jetzt hier? Ja, Digga. Das war sehr entspannt, Leute. Wirklich geiles Ding. Hat echt Bock gemacht, Leute. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst einen aktiven Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.